Wenn ich groß bin, möchte ich gesund sein. 1.800 Kinder erkranken jährlich an Krebs, mehr als 7.000 Babys werden mit einem Herzfehler geboren, rund 8.000 Patienten leiden an Mukoviszidose. Gesund werden, gesund sein, der Wunsch sehr vieler Kinder. Im Schwarzwald in Villingentannheim gibt es eine Klinik, in der kranken Kindern und ihren Familien dabei geholfen wird. Ein Ort der Ruhe und Erholung, der Kraft und der Erneuerung. Ein Ort des Lebens. Die Menschenkinderkrebsnachsäugestiftung für das chronisch kranke Kind. Um die geht es jetzt nämlich. In diesem Jahr feiert diese Stiftung 20 Jahre Jubiläum und wir sind stolz auf diesen Geburtstag und, dass Sie ihn mit uns zusammen feiern. Allerdings werden Sie sich fragen, was macht diese Stiftung eigentlich? Zuallererst, die Stiftung hat ihre Geschäftsstelle in der Nachsorgeklinik Tannheim. Dort unterstützt sie chronisch kranke Kinder, die eine Herz-, Krebs- oder Mukoviszidose-Erkrankung haben. Zusammen mit ihren Familien sollen die Kinder nach oftmals einschneidenden Behandlungen körperlich und seelisch gestärkt werden. In einer vierwöchigen Reha wird dem Patient Familie an die Hand gegeben, wie sich die Krankheit in den Alltag einbinden lässt. Kraft tanken und Hilfestellungen bekommen, mit Gleichgesinnten Erfahrungen austauschen und auch mal wieder lachen können. Um diesen Menschen zu helfen, sammelt die Deutsche Kinderkrebsnachsäuge Spenden. Noch immer haben einige Kostenträger Probleme, die familienorientierte Reha als ganzheitlichen Gesundungsprozess anzuerkennen. Und genau dort helfen die Mitarbeiter der Deutschen Kinderkrebsnachsäuge, schnell und unbürokratisch. Wirklich jeder Betroffene soll eine Reha erhalten und finanziert bekommen. Wir als Vorstand der Deutschen Kinderkrebsnachsäuge, wie können wir mit der Stiftung den Familien helfen? Es ist einfach so, die Familien stellen einander, beispielsweise, wenn sie nicht vollständig finanziert sind. Und beim Staat haben wir verweistende Rehaubitation nicht teilnehmen können. Oder wenn sie in existenzielle Not geraten sind infolge der Erkrankung, weil ein Familienmitglied zum Beispiel auf einen Gerät verzichten muss. Und wir beispielsweise eine Familie unterstützt haben, deren Kind verstorben ist und die Beerdigung noch nicht mal hätte bezahlt werden können, weil sie einfach finanziell dazu nicht in der Lage gewesen wären. Über zwei Millionen Euro hat die Deutsche Kinderkrebsnachsäuge in ihrem Hilfsfonds seit der Eröffnung der Nachsäugeklinik Tannheim bereitgestellt. Den Patienten der jungen Reha, das sind chronisch kranke Jugendliche und Erwachsene, ermöglicht sie teils durch Zuzahlung zu den Pflegesätzen eine sorgenfreie Zeit in Tannheim. Die jeweils 15 jungen Leute wohnen im VfB-Haus, einem Anbau, der 2004 mit Spenden vom VfB Stuttgart und dem Südkurier gebaut wurde. Seit zwei Wochen sind auch Tanja und Daniel in der Reha. Beide haben Mukoviszidose. Wir sind eigentlich hier, um wieder Kraft zu tanken, sei das psychisch oder auch körperlich. Ja, und davon kriegt man hier auch ganz viel. Entspannung und meine Leistung einschätze, was ich machen kann. Ich habe Krebs. Du hast Krebs. Wie lebst du damit? Ja, ich hatte jetzt, also meine Therapie ist vorbei. Es wurde halt rausoperiert. Therapie hatte ich dann. Es ist jetzt vorbei. Quasi, ich habe jetzt theoretisch kann wieder alles machen. Jetzt bin ich hier quasi in der Nachsorge. Tja, ich bin eigentlich jetzt nur noch hier zum Entspannen. Gehe hier noch in der Schule, um ein bisschen was nachzuholen. Dorthin gehen alle schulpflichtigen Jugendlichen und Kinder, egal ob Patient oder Geschwisterkind. Auch Lisanne. Sie brütet über englischer Grammatik. Ihre Schwester Marien übt derweil Vokabeln. Die Zwillinge aus Hoppegarten bei Berlin sind 13 Jahre alt und gesund, was vor eineinhalb Jahren ganz anders war. Da wurde bei Lisanne die grausame Diagnose gestellt. Leukämie. Ich bin wieder am 22. April. Weil wie war das für dich? Ähm, naja, also nicht so schön erst mal. Aber es hat mich auch irgendwie so geschockt. Aber dann ging es einfach. Nachdem ich mich gar nicht abgefunden habe, ging es weiter. Mit ihren Eltern und der Zwillingsschwester bewohnt Lisanne in der Nachsorgeklinik Tannheim für vier Wochen ein Familienappartement. Dorthin ziehen sich die Vierkrafts zurück, um zu spielen, unter sich zu sein, auszuspannen. Denn die vergangenen Monate waren für alle mehr als eine Belastungsprobe. November 2009. Lisanne hat sieben Monate Therapie tapfer durchgestanden. Wir wissen, dass die Erkrankung, so wie sie Lisanne hat, vor vielen Jahren nicht heilbar gewesen wäre. Die Chemotherapie allein wird Lisanns Leukämie nicht heilen. Sie braucht einen Spender für gesunde Zellen. Das war für uns, glaube ich, das Wichtigste. Weniger die Angst vor der Transplantation, als das ist eine Chance. Und als wir dann gehört haben, dass Maren also auch noch spenden kann, sind wir dann so zuversichtlich gewesen. Ich kann mir ein Leben ohne Lisanne gar nicht vorstellen, weil wir so vieles gerne zusammen machen. Und ich habe sie ganz doll lieb. Der 23. November ist der entscheidende Tag für Lisanne. Maren spendet ihr Knochenmark. Spendet mit jedem Milliliter Hoffnung auf Heilung. Das sind etwas mehr als 600 Milliliter. Gute Menge. Hat sich gut vertragen. Das ist schön. Und jetzt kriege ich durch Maren wieder gesunde neue Zellen. Meine. Jetzt sind es auch bald meine. Und ja, und dann müssen die sich eben bei mir erstmal wieder wohlfühlen, einleben. Und dann bin ich wieder gesund. Das war schön, dass man das nicht sehen konnte, dass mein Knochenmark in die Ebene einkommt. Das war schön. Ohne ist aber nichts, oder? Ohne ist nichts. Der Chefarzt der Nachsäugeklinik, Dr. Roland Dopfer, ist nicht nur der absolute Liebling seiner Mukoviszidose-Patientin Chiara, sondern auch einer der Pioniere der familienorientierten Rehabilitation. Seine stetige Diagnose, der Patient heißt Familie. Ja, weil die Familienorientierung dreht sich ja in aller Regel um Familien, die ein chronisch krankes Kind haben. Also es geht nicht um eine Blinddarmentzündung oder irgendeine Lungenentzündung oder sowas, sondern chronische Erkrankungen, die wie bei der Mukoviszidose zum Beispiel die Kinder oder die Patienten ein Leben lang begleiten. Und da ist es notwendig, dass man sich nicht nur um die Kinder kümmert, sondern dass man die Eltern, die ja zunächst auch für die Therapie zuständig sind von den Kindern, das können die halt alleine machen, dass man die da einfach mit einbindet in die Therapie ihrer Kinder. Und es hat sich halt gezeigt, dass viele Erwachsene, die so chronisch kranke Kinder haben, ihre eigenen Bedürfnisse, ihre eigene Gesundheit so hinten anstellen, dass viele Dinge zu kurz kommen. Der Doktor wird hier zum echten Freund. Auch Sarah kommt gern zu ihrer Ärztin, Dr. Susanne Posselt. Sarah hat Mukoviszidose. Noch immer ist die Stoffwechselkrankheit, bei der die Bronchien verschleimen, nicht heilbar. Sarah weiß mit ihren sieben Jahren schon ganz genau, welche Untersuchungen bei ihr notwendig sind. Bei der anschließenden Physiotherapie bekommt ihre Mutter Rebecca Tipps vom Fachmann. Die Reha ist wichtig für die ganze Familie. Die ganze Familie ist da, die Zinsergegnanträgen mit, können dann besser mit umgehen mit der Krankheit, und wissen dann, dass Sarah halt ein Problem hat und lernen im Prinzip dann damit, das einfach damit umzugeben. Dass das Problem ist, dass sie mit zur Familie gehört. Natürlich, genau. Also nur so, wie man das Zähneputzen gehört, also das Sarah immer in der Praktikaten oder so besucht. Auch die Eltern von Lenny sind überglücklich. Das kleine Herzchen des damals Neugeborenen wollte nicht so richtig schlagen. Eine massive Engstelle zwischen den Herzkammern war die Ursache. Für die junge Familie ein unsagbarer Schock. Nur eine Operation konnte das Leben des zwei Monate alten Lenny retten. Das war vor genau neun Monaten. Heute, nach zwei Wochen Reha und der Untersuchung bei Dr. Thomas Bautbruns, Kardiologe und stellvertretender Chefarzt der Nachsäugeklinik Tannheim, ist die Diagnose perfekt. Das ist ein Werkzeug. Das ist ein Essuyk, der Höchstweg. In der Höchstweg. Ich weiß es. Der Wecker ist jetzt mit dem Rapista. Der決st mit, es ist die, die du hast nicht, nur hast du zu sehen, свет. Das ist der Gefahr, die du es wegliest. Also das wird uns besION curf Netlige bekommen. Und das gebiet, das bleibt so ein Gemacht. Ver DISFI. Ich glaube, dass es bei uns geht um Lebensqualität und das kann man nicht erinnern, dieses kleine Gebilde, Familie und der Patient als Bestandteil. Und dieses ganzheitliche Konzept ist unbedingt erforderlich, um gute Lebensqualität, für das kranke Kind und sein Umfeld zu schaffen. Ein Vierteljahrhundert lang gibt es dieses Konzept familienorientierter Rehabilitation. Ein grosses Projekt ursprünglich weniger Menschen. Vor 25 Jahren ein Besuch in der Schwarzwaldklinik. Die krebskranken Kinder haben Professor Brinkmann überzeugt. Der Patient heißt Familie und braucht Unterstützung. Am 9. Dezember 1990 ist es amtlich. Die Deutsche Kinderkrebsnachsäuge wird gegründet. Mit dabei Christiane Herzog vom Förderverein Mukoviszidosehilfe. Wir können als Mukoviszidose Betroffene nicht allein ein solches Projekt auf die Beine stellen. Und deshalb sind wir sehr, sehr dankbar, dass wir in diese Gruppe mit aufgenommen worden sind. Die mit der Idee einer deutschlandweit einzigartigen Reha-Klinik für Herz-, Krebs- und nun auch Mukoviszidose-kranke Kinder absolutes Neuland betreten hat. Und diese Modellklinik macht bundesweit Schlagzeilen. Unzählige Spendenaktionen vieler Menschen bringen jede Menge Millionen für den Bau des Hauses zusammen. Besonders erfolgreich eine tägliche Versteigerung im SWR-Fernsehen 1994. Ja, ich hoffe also, dass das Rekon ein bisschen was bringt für die Kinder, weil die haben es wirklich bitter nötig. Hallo, ich bin der Campino von den Toten Hosen und ich habe mich entschlossen, für eure tolle Spendenaktion eine Hose zur Verfügung zu stellen. Da können wir wirklich was spenden und Geld ausgeben. Also es lohnt sich. Viel, viel Spenden für die Kinderkrebshilfe in Tannheim. Und meine Lieblingssache muss ich mich verabschieden, weil sie wird gleich versteigert, ja, für die Weihnachtsaktion der Landesschau. Viele Prominente setzen sich für die Belange der chronisch kranken Kinder ein und sind als Botschafter der deutschen Kinderkrebsnachsäuge mit ihrem guten Namen unterwegs. Fast 26 Millionen Mark sind in dieser einmaligen Aktion zusammengekommen. Der Bau war gesichert und konnte beginnen. Im Sommer 1995 der Spatenstich mit dem damaligen Ministerpräsidenten Erwin Teufel und Karl Herzog von Württemberg. Der Mitbegründer und Ehrenvorsitzende Klaus-Jürgen Wussow war von Anbeginn an begeistert von der einzigartigen Klinikarchitektur. Sie ist unterteilt in viele einzelne Pavillons und es wäre wunderbar, wenn jeder Pavillon von den Spendern her vielleicht zum Beispiel einen Namen bekäme und das wäre natürlich wunderschön. So wie das bereits erwähnte VfB-Haus für die junge Reha. Jedes Jahr im Sommer ist Maskottchen Fritzle zu Besuch in Tannheim. Zur großen Freude der Kinder. Für sie besonders wichtig die Autogrammstunde. Natürlich immer mit der aktuellen Mannschaft des Fußball-Bundesligisten VfB Stuttgart. VfB, Sparda, Bank, Südkurier, SWR und andere. Mit ihrer großzügigen Hilfe hat die Deutsche Kinderkrebsnachsäuge mit dem Bau der Nachsäugeklinik Tannheim etwas bundesweit Einmaliges geschaffen. Die Stiftung unterstützt die Klinik seither nicht nur im laufenden Betrieb, sondern hilft auch zusätzliche, bauliche Erweiterungen zu verwirklichen. Gemeinsam mit einer Spendenaktion des Südkurier wurde 2009 das Haus der Hoffnung eingeweiht. Dieser Gebäudekomplex steht Familien zur Verfügung, die ein Kind verloren haben. Auch hier gilt, der Patient heißt Familie. Monatelange Krankenhausaufenthalte, kräftezehrende Therapien. Tiefe Wunden graben sich in die Elternseelen. Zuerst regierte die Krankheit ihr Leben und schließlich der Tod. Auch hier hilft die Deutsche Kinderkrebsnachsäuge. Vor einem Jahr ist Jakob gestorben, einer der drei Söhne von Bärbel und Volker Schnebel. Was uns hier der Stiftung ja ganz gut getan hat, ist, dass sie sich eingesetzt hat, dass wir das hier genehmigt bekommen, weil wir einfach eine Kur brauchen für unsere verwundete Seele und nicht für irgendwas sonstiges. Für mich war so die Kontakte zu den Menschen, die wir hier getroffen haben, ganz wichtig. Und das sind sie auch noch im Nachhinein, dann entstehen Kontakte, die dann auch einfach bleibend sind. Und zum anderen ist es einfach so, die Arbeit, die, also die Menschen, die hier mit uns gearbeitet haben, die Begleitung ist einfach extrem gut. Intensive Gespräche mit der ganzen Familie spielen dabei eine zentrale Rolle. Die psychosoziale Leiterin Beate Hübner geht mit ihrem Team individuell auf jeden Patienten ein. Wir haben uns vor kurzem kleinen Jungen gehabt, der hat sich wenigstens gewünscht, dass die Schwester jetzt einfach ein neues, ein gesundes Herz kriegt und konnte mit der Situation auch ganz schlecht umgehen. Ist er in der Schule, in der Leistung abgefallen. Und der hat jetzt hier zum Beispiel Kunsttherapie, der geht ins Reiten. Und da versuchen wir das einfach mit ihm zu thematisieren und auch wieder zu bearbeiten. Heiltherapeutisches Reiten ist bei den Kindern natürlich der Renner. Auch Lisanne darf zehn Monate nach ihrer Knochenmarkstransplantation wieder aufs Pferd sitzen. Dominik beispielsweise hat einen Gendefekt. Bei ihm löst sich durch den Laufrhythmus des Pferdes die komplette Körperspastik. Und der 13-Jährige wird völlig locker. Jedes Mal ein bewegender Erfolg für die Familie und den Reittherapeuten Arnold Seng. Für die Reithalle zeichnen nicht nur die SWR Herzenssache und die Sparderbank Baden-Württemberg verantwortlich. Auch der Freundeskreis für die Deutsche Kinderkrebsnachsorge widmet sich seit Jahren diesem Behandlungskonzept. Und das Gelände hat der Verein auch gezahlt. Der Freundeskreis ist insofern ganz wichtig, weil dieser Verein sich ja jetzt ganz unabhängig von der Stiftung um einzelne Projekte kümmern kann. Und wirklich gezielt Geld dann dafür sammeln und da reinstecken. Und wir haben halt gesagt, damals als wir uns gegründet haben vor vielen Jahren, dass wir in die Reittherapie unser Geld investieren möchten. Weil wir halt da einfach sehen, da sind die Kinder gut aufgehoben. Die Kinder sind wirklich, wenn sie Zähne sehen, mit denen umgehen können, mit denen arbeiten können. Über 350 Mitglieder hat der Freundeskreis. Eine engagierte Gruppe von Menschen, die der Deutschen Kinderkrebsnachsorge mithilfe von Aktionen, viele Projekte und zusätzliche Ausbauten gerade rund um die Reithalle ermöglicht hat. Wir sagen ein herzliches Dankeschön. Die Deutsche Kinderkrebsnachsorge wiederum würdigt die Menschen. Mit der Verleihung des Nachsorgepreises und des Medienpreises, wie hier 2007 an den SWR Baden-Württemberg, ehrt die Stiftung Einzelpersonengruppen oder Unternehmen für ihre Hilfe in der familienorientierten Reha. Auch für die Wissenschaft macht sich die Deutsche Kinderkrebsnachsorge stark. Seit 2000 hat die Stiftung mehr als eine Million Euro bereitgestellt, damit Kinder schneller gesund werden. Für alle Patientenfamilien im Großraum Berlin feiert die Deutsche Kinderkrebsnachsorge jedes Jahr ein großes Fest in der Landesvertretung Baden-Württemberg. Die Kinder aller Botschafter in der Hauptstadt sind dazu ebenso eingeladen wie die Patientenkinder der Kindernachsorgeklinik Berlin-Brandenburg. Dort ist die Deutsche Kinderkrebsnachsorge seit zwei Jahren Gesellschafterin. Der Schauspieler Ralf Lindemann setzt sich direkt dort dafür ein, dass die Patientenfamilien neue Kraft schöpfen können. Für all diese Kinder, Patienten und ihre Geschwister sowie für die Eltern engagieren sich viele prominente Personen als Kuratoriumsmitglied der Deutschen Kinderkrebsnachsorge. Wir bedanken uns herzlich bei Barbara und Sascha Wusso, der Unternehmerin Bettina Wirt, dem ehemaligen DFB-Präsidenten Gerhard Mayer-Vorfelder, dem VfB-Präsidenten Erwin Staut, dem ehemaligen Nationaltorwart Jens Lehmann, Fußball-Nationalspieler Marcel Jansen, SWR-Moderator Michael Antwerpes, Weltcup-Biathletin Katrin Hitzer, Olympiasieger Martin Schmidt und sein Bruder Thorsten, Landrat Karl Heim, Danke an die Schauspielerin Christiane Bach-Schmidt, Ruth Köppler, Peter Schell und Adelheid Teil, alle von den Fallers. Danke an die Weinfachfrau Nathalie Lump, die Moderatorin Birgit Schrowange, Fernsehköchin Sandra Meffle und Prof. Dr. Werner Metzger, der EU-Abgeordnete Dr. Andreas Schwab und viele nicht genannte. Natürlich gilt der Dank der Deutschen Kinderkrebsnachsorge auch dem gesamten Team der Nachsorgeklinik Tannheim. Ohne ihre Arbeit und Mithilfe könnten sich die rund 50 Patientenfamilien pro Reha nicht rehabilitieren und von den Strapazen der ewig andauernden Krankenhausaufenthalte erholen. Die Betroffenen können sich einfach fallen lassen, um neue Kraft zu tanken. Und sie können eines der vier preiswerten Ferienappartements der Deutschen Kinderkrebsnachsorge in Anspruch nehmen. Die ermöglichen einer Familie mit einem chronisch kranken Kind einerseits die Möglichkeit, Urlaub zu machen und andererseits die Reha-Maßnahmen der Nachsorgeklinik zu nutzen. Bisher konnten das immerhin 4000 Personen in zwölf Jahren. Dafür danken die Stiftungsratsmitglieder der Deutschen Kinderkrebsnachsorge. Der Vorsitzende Landrat Kurt Wiedmeier, Prinzessin Alexandra von Hohenzollern, Regierungsdirektorin Sabine Reiser, Andrea Willmann, Fritz Funke, Oberbürgermeister Wolfgang Gerster, Staatssekretär Hubert Wicker und der Stiftungsvorstand Sonja Schrecklein und Roland Wierle. Denn Wenn ich groß bin, möchte ich gesund sein. Wenn ich groß bin, möchte ich gesund sein.